die kürbisköpfe stehen ja noch aber das licht ist aus guten morgen samstag 8 grad endlich mal wieder unter 10 grad ich habe vorhin schon mal die lüfter angemacht also sowohl hier draußen als auch in der halle die kleinen lüfter bei dem flächenlager und in dem kistenlager und die im kistenlager die mal jetzt wieder aus reicht erst mal und dann geht es für mich ins büro ich nehme mir jetzt heute vormittag mal die zeit zum video schneiden hier das war wieder ein schöner anblick die freie fast freie platte hier und was sie im letzten video erzählt hat mit dem wasser hier stehts schönes wetter wenn ich mitm videoschneiden durch bin dann gehen wir bei laubhaken vorne vom laden die linden die haben richtig was abgeworfen und da ist auch noch genug drin aber das muss erstmal einmal weg dann von der kastanie die ist quasi fast nackig das kann weg vorne auf dem hof und wenn wir es noch schaffen machen wir im garten fangen wir noch an und das ist so der samstag also sehen wir uns höchstwahrscheinlich heute nicht wieder sondern morgen oder montag ach so und dann gibt es ja in diesem video auch überraschung hatte ich ja gesagt eine überraschung hat damit zu tun aber das seht ihr ja den anfang montag dann muss ich doch noch kurz blog nummer 500 das ist schon ein wort ne film mir jetzt erst auf 500 videos also es sind ja schon deutlich mehr auf dem kanal aber vlogs sind 500 krass ja wenn man bedenkt dass ich damals 77 machen wollte hat sich doch schon ein bisschen was getan in der zeit so Das war's für heute. Das war's. Schuss! 1, 2, 1, 2, 1. Ja. Moin. Sonntag, 3. November. Frost. Frostig. Gucken gleich mal auf die Temperatur. Ach, sind schon wieder 4,4 Grad. Also zumindest bei dem Fühler außen und Schauer. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir den nochmal umsetzen, weil das kann noch nicht so ganz sein. Oh, Lumpi, hängst du fest? Am Schraubstock. Mann, immer noch. Jetzt. Den haben wir. Wo haben wir den? Da, irgendwo hatten wir den hingeschraubt. Da oben. Ja, da muss er eigentlich die korrekte Temperatur finden. Dann müssen wir auch nochmal nach der Steuerung gucken. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich muss hier mal ein anderes Thermometer hinkleben. Ey, du alles Sorge. Anderes Thermometer hinkleben. So richtig glauben kann ich das nicht. Mal schauen. Hier geht immer die Kamera in der Hose an und jetzt ist der Akkuschule fast leer. Was sollen das? Warum? Das war es sonst nie. Moin. Heute haben wir auch einen Tag. Ich glaube, das ist Montag. Montag, der 4. November. So, wir sprechen uns Kaffee und dann geht das hier vollgaslos. Ja. So, neuer Akku drin. Jens hat seine Kamera auch wieder am Mann. Ja. Kann losgehen. Also, wir nehmen jetzt den 718. Ja. Fahren den neuen Akkuliner zu einer Seite. Dann nehmen wir den 716. Den auch. Hängen den vor den Bunker. Vorher machen wir das Tor auf. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Und zwischendurch beantworten wir noch ein paar Kommentare. Ne, jetzt nicht, später. Und dann fahren wir den Bunker raus. Ja. Wir fahren den Bunker raus. Ja, den Bunker raus. Leute, das ist nämlich eine der Überraschungen. Da werden viele wahrscheinlich extrem überrascht sein und fragen, spinnt der jetzt komplett? Oder? Ja, glaube ich auch. Also, ihr werdet jetzt sagen, wie doof ist der denn? Aber es hat alles einen Sinn und Verstand. Also, long story short, ich habe den Bunker verkauft. Schock, Schock, Schock. Ja, tatsächlich, ist so. Bunker verkauft. Warum und weswegen erkläre ich euch später im Verlauf des Videos. Jetzt wollen wir erst mal beigehen, dass wir den rauskriegen. Denn wir wollen noch einmal abpusten. Ja. So grob abgefegt haben wir ihn leer gemacht, ist er und soweit die Stützen sind hochgefahren. Deshalb haben wir im letzten Video auch angefangen, hier wegzustellen. Das war nicht wegen Saubermachen, aber da wollte ich es halt noch nicht verraten. Ja. Der kommt raus, dann wird der Bunker sauer gemacht. Danach machen wir die Halle sauber. Weil dann kommt ja auch noch mal wieder was Neues rein. Aber dazu später mehr. Jetzt erst mal attackemäßig hier in Gang kommen. Erst mal, wie gesagt, die Wagen weg, damit wir da rankommen. Dann nehmen wir jetzt den 718 für den 724. Brauche ich eventuell nachher noch. Das weiß ich noch nicht, ob das, was ich mir ausleihen möchte, auf den Tieflader passt. Deshalb dazu später mehr. Ich verrate euch aber auf jeden Fall, auch wenn es nicht klappt, was es gewesen wäre. Ruhe. Aber nicht jetzt, auch nicht jetzt. Jetzt wollen wir erst mal in Gang kommen hier. Brauchen wir alles nicht. So, bleiben wir sehr rein. Und dann, wie gesagt, stellen wir den erst mal da hinten hin. Der kann da erst mal vorbleiben. Wahrscheinlich brauchen wir ihn zwischendurch nicht. Dann können wir die Wagen nachher hier wieder hinziehen. Beziehungsweise der hintere Zug, den hat er sich mein Nachbar ausgeliehen. Die hatten letzte Woche CCM gemacht. Und er hat ihn gewaschen, wieder zurückgebracht und da hingestellt. Den können wir eigentlich noch mal durch die Halle ziehen, dass er richtig unter dem Dach steht. Weil er kam da so natürlich nicht ran. Besser als wie es jetzt steht. Also steht schon gut. Aber die brauchen wir ja die nächste Zeit höchstwahrscheinlich nicht. Deshalb können die auch ordentlich dann runterstehen. Das können wir dann nachher auch noch eben machen. Und dann kann erst dieser Zug hin, dann der andere durch die Halle durch und dann auch da hin. Und dann stehen die alle wieder so, wie sie stehen sollen. Die beiden Tandem, die müssen erst mal noch da stehen bleiben. Die sollen später auch unter Dach, aber das geht noch nicht. Da haben wir noch eine D-Fläche nicht für frei. Das dauert auch noch nicht mehr so lange. Ich denke, dass wir als nächstes, was Hofkartoffeln angeht, die da hinten unterm Schauer nehmen. Und dann passen da auch wieder Maschinen hin. So kann das erstmal bleiben. Der bleibt hier stehen. Jens hat das Tor schon offen. Jetzt nimmt Jens die Anfahrt-Dinger, die Anfahrtrampen eben einmal mit dem Stabler weg. Und ich hole schon mal den 716. Ich sag schnell, Ackerschiene ran und die Deichsel ran. Dann fahren wir ihn erstmal nur vor, dass wir mit dem Kompressor hier noch anständig arbeiten können zum Sauberpusten. Und am Anschluss müssen wir das ganze Ding dann einmal umdrehen, weil die Spedition soll sich da hinstellen mit dem LKW. Und dann wollen wir den rückwärts raufschieben. Deshalb drehen wir den Bunker dann schon mal um. Die Spedition kommt morgen früh planmäßig. So. Einmal den noch nicht sauber gemachten 716. So. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, gut. Gut. Ja. Ja. Das würde so passen. So. Da ist das gute Stück. Ja. 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 Der ist da geschraubt. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. 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 Wir sehen uns in den Kommentaren. MazInSalon habe ich also in den Kommentaren bezüglich Spritverbrauch bei der Wietsendorf Tour mit diesem Schlepper im Vergleich zum Lkw. Also wir haben tatsächlich 50 Liter Sprit gebraucht mit dem 724 und den Akkuleinerzug. Witzendorf hin, Witzendorf zurück. also eine komplette tour jens braucht 37 bis 38 liter also gute sagen wir mal 38 von mir aus ist egal scheiß auf einen liter eigentlich sind es irgendwie 37, bisschen und das ist schon ein krasser unterschied nicht wahr erwartet danke schön 716 braucht etwas weniger aber da müsste ich fahrern noch mal interviewen ich habe das jetzt nicht im kopf ich will auch nichts falsches sagen ich meine das waren irgendwie 46 liter bei rum also das wären irgendwie so vier liter weniger als der 724 aber er hat wir sind halt auch mit deutlich mehr gewicht unterwegs wir haben hier radgewichte drauf das ist schon auch ein unterschied also irgendwie so vier vier oder vielleicht fünf liter die der 716 weniger gebraucht hat oder braucht als dieser schlepper aber alles deutlich mehr als was der lkw braucht und das ist ja auch das was wir das hatte ich ja letztes jahr auch schon erzählt aber so habt ihr es noch mal gehört weil die frage in den kommentaren kam so ich habe hier liegen pushen auf der straße richtig gute dinge da habe ich den tieflader und vielen dank dass ich den benutzen darf und dann habe ich mir hier noch extra drei spanngurte mit eingepackt moment drei spanngurte eingepackt wir haben aber auch in dem kofferraum hier in den kasten haben wir spannen mit drin dazu spannt hätten mit dabei also wir sollten das irgendwie festbekommen wie gesagt und haben sagte der mir das ding ausleitet er sagte das passt auf jeden fall rauf er hatte die füße eben noch nachgemessen also bin ich jetzt erst mal guter dinge dass wir das ding aufgeladen bekommen und nach hause kriegen das ist nicht schwer ich weiß nicht ob ich das schon gesagt habe das wiegt 1,5 tonnen also das ist ja kein gewicht es ist halt von den ausmaßen bisschen 2,90 m breit ich glaube knapp vier meter lang wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe und nicht ganz drei meter hoch das passt von der höhe also wir bleiben auf jeden fall unter vier meter also sollte das eigentlich alles safe sein Nadelöhr ist ein bisschen Hochburg da müssen wir durch ja kommt auf dem verkehr drauf an aber da stuckelt sich alles zurecht denke ich so ich habe mir hier noch ein bisschen frühstück mitgenommen einen kleinen moment fahren wir auch ich esse jetzt erstmal ein bisschen schokoriegel naja einen zumindest und kaffee habe ich mir auch gemacht dann gibt es nochmal eben kaffee und dann melde mich gleich wieder und erzähle euch noch mal ein bisschen was wegen des pokers dann machen wir gleich also bis gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ist Baujahr 23, also der ist ein Jahr, quasi jetzt anderthalb Jahre alt. So, wenn man mit dem Gedanken spielt, sowas wieder wegzugeben, weil vielleicht war das dann doch nicht die richtige Entscheidung, und das gebe ich dazu, ist so, aber ohne das zu probieren, weiß man es nicht. Also für uns jetzt, wohlgemerkt, das ist, nochmal, es ist keine schlechte Maschine. Und wenn man Steine, und da komme ich gleich auch noch zu, weil der Käufer will, der den jetzt gekauft hat, der möchte genau das, der möchte die kleinen Steine rausholen. Und da kriegt er also locker 98 bis 99 Prozent Sauberkeit ja mit hin. Das haben wir bei uns ja ausprobiert, und das ist ja auch in den alten Videos zu sehen, dass das funktioniert. Also alles super. Für solche Anwendungen top Maschine, top System, einwandfrei, aber halt für die großen Steine nicht. So, was soll ich das Ding jetzt bei mir stehen lassen, wenn ich es nicht brauche? Dafür ist die Maschine einfach zu teuer, das ist so. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das mal so, wir versuchen mal, die Maschine zu verkaufen. Und wenn wir die Summe, also ich habe natürlich dann abgezogen, ist ja klar, ich kann ja nun nicht erwarten, dass ich den Kaufpreis bekomme, aber ich habe einfach mal geguckt, was würde sowas in der Miete kosten. Weil man kann sowas ja bei Grimme auch mieten durchaus. Man muss natürlich rechtzeitig da im Klaren sein, was man möchte, weil sowas steht in der Regel ja auch nicht rum. In der Größe nicht und auch mit CLS nicht. Einfache Bunker kriegt man sicherlich schneller gemietet, ohne diese Technik, aber mit dieser Technik dauert das im Moment. Aber vom Grundsatz her kriegt man das mit Grimme hin, dass man so eine Maschine mietet. So, und dann habe ich dann mal geguckt, was kostet ein normaler Bunker, habe ich ein bisschen aufgeschlagen. Und das habe ich dann in Abzug gebracht. Wir haben zwei Ernten darüber gefahren. Aber, ja gut, nicht ganz. Die Ernte 23 ja komplett inklusive Auslagern, also Aufbereiten von unserem Nachbau. Und die Ernte 24 nur das Einlagern in die Kisten. Also das sind, ich sage mal, 1,5 Ernten, wenn du so willst, von der Menge her gesehen bei uns, sind da durchgegangen und mehr nicht. So, ich habe jetzt aber in Geiste mal zwei Jahres Mieten dafür abgezogen und habe gesagt, okay, wenn ich diese Summe bekomme für den Bunker, was ich ja nicht wissen konnte, dann gucken wir weiter. So, dann hatte ich verschiedene Interessenten. Einer wurde auch, und der ist es final jetzt auch geworden, aber auch nur, weil er der Schnellste war, wurde über Grimme kam der. Er sagte, Mensch, der sucht dir so einen Gebrauchten und ich hatte das bei Grimme ja schon kundgetan, weil ich auch Angebote gerne hätte, haben wollte für neue, für neuen Bunker. Er hatte mir auch einen Preis genannt, aber wenn Grimme den kauft, da ist natürlich deutlich mehr in Abzug, weil die müssen den dann noch wieder durchgucken, wobei da nichts durchzugucken ist. Er hat sich den ja auch bei uns angeguckt. Er sagte selber, Mensch, der ist ja wie neu, hat auch Fotos gemacht und so. Also jedenfalls sagte er, ja, wegen Gewährleistung, was die denn alles machen müssen, können die natürlich nicht so viel geben, als wenn ich den direkt verkaufe. Ist klar. Fand ich auch fair, ist in Ordnung. Aber ich war mit dem Preis, den die mir genannt hatten, nicht zufrieden. Also gar nicht. Also dann hätte ich es auch nicht gemacht, dann hätte ich gesagt, komm, die Maschine bleibt hier, dafür gebe ich sie nicht weg. Ähm, so. Dann hatte ich, äh, hatte noch ein Bekannter, das in sein Status gesetzt, äh, und das ist, ähm, nämlich hier Kord gewesen, Kord Lohmann, Lohmann Landmaschinen, wo ich gerade den, den, äh, hier den, naja, Tiefler davon geliehen hab, der mir, äh, mit dem wir sonst auch, dann lassen wir alles reparieren und so. Also das ist ja unsere Werkstatt im Dorf. Ähm, der hatte das freundlicherweise in seinen Status gesetzt und er hat natürlich viele Kartoffelnleute in seiner Kontaktliste und da riefen dann auch, also er wurde von vier oder fünf Leuten angeschrieben und angerufen und davon waren final, hatte ich nachher innerhalb von drei Tagen drei ernsthafte Interessenten. Also die wirklich auch gesagt haben, Mensch, hier will ich haben und, ähm, zwei haben es angeguckt, schon gehabt und die anderen musste ich dann absagen, weil einer von denen, die es angeguckt haben, dann auch, ja, am selben Tag noch gesagt hat, die riefen dann später an, ja, Mensch, wir wollen die Maschine haben. Das passt, das ist genau so, wie wir die haben wollen und, ähm, ja, wir sagen dir zu, wir nehmen die. Okay, so gut, alles klar und dann sollte ich auch direkt die Rechnung schreiben. Nächsten Tag habe ich dann die Rechnung dahin geschickt, ähm, und habe dementsprechend natürlich allen anderen abgesagt, weil, ne, da ist dann Vertrauen gegen Vertrauen. Ich habe auch gesagt, ich brauche keine Anzahlung, das ist unser Berufskollegen, ähm, und soweit sind die auch nicht weg von uns. Also da habe ich dann schon das Vertrauen gehabt, dass ich gesagt habe, okay, machen wir so, ich sage allen anderen erstmal ab, ähm, und, äh, soll so laufen. So, finalerweise war es dann auch so, ich hatte die Rechnung hingeschickt und die wurde dann Freitag schon bezahlt, also habe ich gesagt, ja, Mensch, super, ähm, läuft. So, deshalb haben wir dann Freitag hier angefangen, die Maschine schon mal grob sauber zu machen, haben die Kistenfüller von abgestellt und so weiter. Jetzt haben wir die Maschine heute rausgeholt und morgen früh, zumindest, zumindest ist jetzt aktuell so, dass der, mein Kenntnisstand, morgen früh kommt die Schwerlast-Spedition, äh, das ist wohl dieselbe Spedition, die den auch gebracht hat. Ich hatte denen auch gesagt, Mensch, frag doch mal da, weil die müssten eigentlich das in den Unterlagen noch haben, was die zu mir hergefahren haben, damit die dann auch für ihre Sondergenehmigung, die sie beantragen müssen, ähm, da die Daten schon haben. Und das haben die wohl auch so gemacht, vermute ich mal, zumindest ging das alles komplett easy durch und die wollen jetzt, äh, morgen früh halt bei uns auf den Hof kommen. So, übrigens fahren wir Richtung Völkersen, wir fahren aber nicht zur Firma Schröder, falls das jetzt jemand denkt, der das erkannt hat. Ähm, hier müssen wir abbiegen. So, dann hatte ich natürlich dann Angebot, logischerweise von, von Grimme und bei uns ist es jetzt so und ich habe ja im letzten Video gesagt, weil dieses jetzt FLOG 500 ist, das ist ja ein Jubiläum, eine, eine Jubiläumsausgabe quasi, ähm, habe ich gesagt, okay, ich verrate euch ein Geheimnis, mehrere Geheimnisse, das ist jetzt schon eins davon. Ähm, und das nächste Geheimnis ist, dass wir, oder was ich eigentlich erst im Februar, wenn die Maschine gekommen wäre oder kommen würde, ich kann noch ein bisschen langsamer fahren, ich bin fast ein bisschen zu früh, ähm, dann erst gelüftet hätte, wir müssen ja trotzdem nach wie vor irgendwie die Steine loswerden. Und wie kann man die Steine loswerden? Separieren. So, und, ähm, das ist so eine Sache, ähm, wir haben ja immer einen kleinen Teil der Fläche, haben wir separieren lassen, aber der Lohner, da hatte ich auch in diesem Frühjahr, hatte ich da schon drüber nachgedacht, hatte auch schon Angebot und hatte da mit dem Lohner drüber gesprochen und, äh, er sagte auch, Sven, ich schaffe definitiv nicht mehr. Ja, und die Fläche, die du eigentlich separieren müsstest und die ich jetzt auch separieren möchte, die kann er definitiv nicht dazu nehmen, das schafft er einfach nicht. Ähm, im Gegenteil, er hätte, er hatte sogar dann nochmal so die Idee geäußert, Mensch, vielleicht kann man denn mal sich gegenseitig ein bisschen helfen, wenn bei dir der Schuhdruck drückt, dann komme ich mit einer Maschine dazu, bei dir arbeiten wir mit zwei Maschinen bei dir und du kommst im Ausgleich dann mal einmal mit zum Kunden von mir, sodass das überall ein bisschen schneller geht. Das muss man im Frühjahr sehen, also das heißt für Jens und mich jetzt sowieso schon Nachtschichten im Frühjahr, also das Frühjahr wird natürlich viel, viel anstrengender, dafür entspannt sich die Ernte nochmal um ein Vielfaches wieder, zumindest ist das meine Erwartung. Und die Qualität der Kartoffeln natürlich und die Schmutzanteile in der Stärkefabrik und, und, und. Also da kommt einiges zusammen. So, und ich hatte jetzt natürlich dann auch eine Vorstellung, ich wusste ja so grob zumindest, was der Separierer kostet, den Beetflug, den brauchen wir auch. Ich wusste, was dieses Paket kostet, ich hatte Angebote für neue Bunker und ich wusste dann auch final, ja, was ich für meinen alten Bunker bekomme. Und ich hatte mir, hatte eine Zielsetzung, was ich bereit bin, was ich für mich als Grenze gesetzt habe, was ich bereit bin, zuzubezahlen, um den Bunker durchzutauschen. Da sollte dann im besten Fall ein bisschen Geld bei überbleiben, was ich dann wieder in die Separierungstechnik reinstecken wollte, um da quasi jetzt nicht, wer weiß, wie viel Geld ausgeben zu müssen. Und das trotzdem das System zu ändern, ändern zu können. Und was soll ich sagen? Das habe ich jetzt hingekriegt. Also ich habe das so, das hat jetzt alles so gepasst. Was es jetzt final geworden ist, verrate ich noch nicht. Also ich habe jetzt schon viel mehr verraten, als ich eigentlich wollte. Die Auflösung seht ihr dann in Block Nummer 501. Also das kommt, was es geworden ist, verrate ich euch im nächsten Video. Also wie gesagt, ihr habt jetzt schon viel mehr gehört, als ich normalerweise verraten hätte. Morgen sehen wir dann, wie wir das Ding aufladen. Ich hoffe, das geht alles gut. Das ist ja immer ein bisschen mit nervös. Genauso bin ich jetzt nervös. Wir holen ja jetzt eine Wäsche. Und die, das hatte ich glaube ich ja schon gesagt, die will ich nicht kaufen, sondern wir wollen das gerne ausprobieren. Und das ist auch alles, hat alles zu tun mit Schmutzanteil Wietzendorf. Wir wollen mal gucken, wir wollen mal einen Vergleich fahren. Im Idealfall aus derselben Feldmiete einmal komplett so am Feld aufladen auf dem LKW, dann einmal über den Bunker jagen, der nächste Woche kommen soll, unser Ersatzbunker. Und dann einmal durch die Wäsche jagen. Und dann einfach mal einen Vergleich sehen. Dann die verschiedenen Produktionsarten oder Verarbeitungs-, wie willst du es nennen, Reinigungsarten, die verschiedenen mal gegeneinander stellen. Und das Ganze mal rechnen. Stromaufnahme, Zeit fürs Umladen, weil wir müssen ja umladen, wenn man nicht direkt am Feld auf den LKW laden, müssen wir natürlich mehr laden. Und all solche Geschichten. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Geht gleich weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. So, jetzt muss ich trotzdem. So, jetzt muss ich hin. So, jetzt muss ich dann tun. Vielen Dank. 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 Ja, und dann wollen wir uns überlegen, wie wir das hinstellen, wie wir das alles beschickt kriegen. Mal schauen. Ja, 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 ja. So, jetzt mal eine Frage, die ich beantworten kann. Und dann im letzten Vlog, wie wir das ist, das ist ein kurven Fahrlicht. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt den Blinker anmache, dann geht immer die jeweilige Seite immer das Licht an, damit man in den Kurven besser sehen kann, was da so kommt oder nicht. Ich mach das mal, ich mach das mal, ich stelle mal eben hier vorne ab, ich mach das mal, ich mach das mal eben hier vorne ab und dann mach ich mal den Blinker links und den Blinker rechts und dann könnt ihr das sehen. Ach nee, warte mal, das machen wir später. Da kommt Sven gerade, den, glaube ich, das machen wir aber noch. Ich muss nur mal eben jetzt da vorne hin, verdammt. Mal schauen, was uns so schönes mitbringt hier. Ja, das geht ja noch. Naja, ja. Ja, das wird dann der neue Bunker. Naja, ich glaube nicht. Aha, interessant, interessant. Ich weiß, was da wohl ist. Ja, das ist dann jetzt der neue für den Grimme, oder wie ist das? Ja, genau. Sehr schön. Und hast du gut hergefunden? Ich hab gut hergefunden. Ja, klar, gut. Ja, gut. Ja, gut. Vielen Dank. da so egal gut zu der Lücke, wenn man so geht gut zu der Lücke Von Null Von Null Da steht ein Bunkerweg rum, muss er auch so rumfahren. So, hoffentlich sind die Gabeln lang genug. So, er hat sich extra da ein H70 ausgeliehen. Also ganz lieben Dank nochmal für das Ausleihen und für die Hilfe haben. So, dann wenn das nicht gehen sollte, heben wir ihn von beiden Seiten mit zwei Stabeln an und fahren unter raus. Dann ist das so. Aber normalerweise sollte das so hinhauen. Das ist wieder die Höhe, wo ich gar nichts sehen kann. Ob das so oder soll ich lieber... Ne, so müssen wir ja. Dann mal eben nach dem Kabel gucken. Siehst du echt nichts. So, jetzt geht's es wieder. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sind wir da weit genug? Ja, aber die Zinken sind in einem anderen Rahmen. Der kippt, ne? Ja, hinten rechts kommt er ja nicht. Dann muss er noch rechts rüber weiter. So. Ja, ich muss, glaube ich, weiter, als ich schieben kann. Geht das so? Ja, ich muss, glaube ich, weiter. Jetzt muss man auch weiter da hin, ne? Du kannst ihn halten. Ja, die müssen wir eigentlich erst festschrauben, wir müssen den hochheben und die Füße festschrauben oder rausnehmen, weil rausnehmen ist irgendwie scheiße. Oder soll ich nochmal runter und den jetzt ein bisschen nach links schieben? Geht jetzt? So? So? Jetzt schwebt er, ne? Ja, die anderen kommen auch gleich wahrscheinlich, die sind ja alle nur gesteckt. Guck mal, wann das Loch da kommt. Ja. Boah! Leck mir am Arsch! Ja, erst eben festschrauben. Ja. 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 Da geh ich runter? weiter weiter Was ist das? Was ist das? Ja, komm wir ja. Wollen wir die Kuhle nehmen oder die andere? Ja? Kommen wir da ran. So, das gucken wir uns nachmittag in Ruhe an, wie wir das am besten stellen. Vielleicht auch schon mal ein bisschen rumspielen, mal ausprobieren. Ich will jetzt aber erstmal in der Tiefeleiter noch vormittag zurückbringen. Sechs nach zwölf. Nochmal vielen Dank dafür, da kannst du ja richtig gut mit arbeiten. Schönes Ding. Ach, Jens, erzielt euch gerade was am LKW. Okay. Dann hört man da weiter und ich fahre den Wagen weg. So, weiter im Text. Jetzt geht das hier nochmal. Zündung an. Licht an. So, pass auf. Folgende Situation. Wie gesagt, das ist ja mit dem Licht, das wäre eine Birne kaputt. Das ist eben nicht der Fall. Das ist wie gesagt ein Kurvenfall. Licht, ich zeige euch das mal eben. Licht ist an. Und wenn ich jetzt den Blinker betätige, na komm, mach mal ein bisschen gerade hier. Den Blinker betätige, da geht jeweils die Seite das Licht ein. Tada! Das ist schon mal gerade auf die linke Seite. Wunderbar, rechts geht auch. So, das Ding ist auch, das ist dann auch beim Lenken. Auch wenn ich nicht blinke, dann aber am Lenkrad drehe, dann macht er immer in die Richtung, wo ich gerade hinlenke, macht er das Licht an von alleine. Wie gesagt, es im Dunkeln eben sehr Vorteil hat, weil man dann auch schon sehen kann, was so rechts los ist da. Ob da jemand rumsteht, Fahrradfahrer ist, Fußgänger, das ist schon nicht verkehrt. Das ist schon eine feine Sache. Er leuchtet immer in den Seitenraum ein bisschen mehr aus. Für sich sind das, glaube ich, faszinierend. Mag mich aber auch täuschen. Obwohl, ich glaube, die sind daneben. Dann haben wir das geklärt. So. Und Nomadschip-Beleuchter im Anhänger ist nur eine dran. Aber das wisst ihr ja schon. Sven bringt den Anhänger weg. Da hinten ist die Anlage, die wollen wir mal ausprobieren. Mal gucken. Der kommt nachher wieder rein, der wird morgen abgeholt. Alles so nach und nach. Und die Maurer sind heute auch da. Mal gucken. Mal gucken. Ich bekomme die Schwertransport-Spedition wegen dem Bunker. Die kommen um elf morgen erst. Morgen Vormittag um elf. Das heißt, ich denke, wir werden in den Bunker. Ja. Hat der Vater vorgeschlagen und ganz unrecht hat er nicht, falls das doch noch nass wird. Fahren wir den über Nacht auch eben wieder in die Halle rein. Jens hat hier schon alles sauber gemacht. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen im Video. Ich noch nicht. Jau, sieht gut aus. So. So, Handy, Harmonie. Kaffeekanne. Auch mit Handy in der Tasche. Oh, Stunden später. Hast ja schon alles piekfein sauber hier. Ja, der Vater hat auch geholfen. Aber gefähig habe ich einmal kurz. Ja. Ja, Skier. Dann schieben wir Nachmittag wieder rein. Fertig. Und dann spüren wir mal mit der Wäsche. Mal ausprobieren, ne? Mal gucken, wie das alles funktioniert. Ja. So, wir haben ihn jetzt noch ein bisschen wieder runter gelassen. Also die Füße haben leider keine Bohrung in tiefster Einstellung. Das heißt, wenn man den jetzt anhebt, dann rutschen die Füße natürlich wieder runter. Bleiben die Bolzen erstmal raus. Aber von der Höhe passt uns das für unsere Zwecke so besser. Weil wir an dem Band, wo die Kartoffeln nachher rauskommen, da wollen wir direkt mit einem Hallenfüller drunter. Da wollen wir natürlich nicht, dass sie jetzt unten nicht so weiß wie tief fallen. Daher sollte das eigentlich so passen. So, wir nehmen jetzt die Palettenverlängerung eben wieder, die Gabelverlängerung eben wieder ab. Dann fahren wir in den Bunker erstmal wieder in die Halle. Und dann wollen wir da nochmal ein bisschen Kantholz unterlegen, dass der auf allen Füßen gerade gleichmäßig steht. Und dann warten wir auf den Elektriker, dass wir Steckdose kriegen. Und dann nein. So, wir können hier auch anfangen. Das ist, dass wir uns anruhigen müssen. Also, das ist ja ganz gut. Und dann haben wir noch eine Cypfläche mit dem Bunker nachher, So, wir wollen die Königkeitscheidimärendeher. Und dann gehen wir hier an, was wir heute noch mal. Und dann gehen wir sogar los. So, wir gehen jetzt ein paar Mal. So, wir gehen. So, wir gehen jetzt hier. So, wir gehen die Lösung. So, wir gehen jetzt hier. So, wir gehen jetzt mal. So, wir gehen jetzt hier. So, wir gehen jetzt hier. So, wir gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schickst du den jüngsten Beinen was holen? Ja, richtig Gut Ich raste aus, er ist eingerastet Ich habe keine Hand frei So, wir machen Licht Uns geht ein Licht auf Also, wir haben drei Lampen besorgt Zwei Bewegungsmelder Und jetzt haben wir überlegt Wir bauen erstmal nur eine Lampe an Und gucken uns das im Dunkeln an Ob das vielleicht schon reicht Sparen ist keine Schande Da kommt ein Bewegungsmelder hin Da kommt ein Bewegungsmelder hin Und da kommt die Lampe hin So haben wir uns das jetzt ausgedacht Kratz, kratz Grübel, grübel Und das Kabel Du überlegst wegen dem Kabel Nimm mich an Da ist auch was im Busch da hinten Da wackelt der Busch Das wird Uschi sein Uschi Uschi Ne, das ist nicht Uschi Die wäre schon hier Vielleicht fügel die da So Lampe Dass wir an die Rinne vorbeikommen Oder dahin gehen Oder dahin Ja, die Lampe kommt ja in dem Bereich Ja, kann man auch da rangehen Das ist egal Und ganz hoch Da hin Ja, noch da hin Ja, lieber noch So Ja So schön Immer dran denken, dass der Elektriker da auch rankommen muss Ja, tut er doch, oder? Ja So So, andere Seite, ne? Ja So Nummer zwei hängt auch Das haben wir nochmal spekuliert Wir werden hier wohl noch einen Schalter mit hinnehmen Da irgendwo Da Dass man das auch auf Dauer schalten kann Und doch eine zweite Lampe am Waschplatz Das ist sinnig, oder Jens? Ja Ja, das ist schon gut So, wo was Neues hin soll Muss was Altes weichen, ne? Das sind immer noch vom Roboter Hier hatten wir damals ganz zu Anfang die Deshalb ist hier auch so eine tolle Betonfläche Mit Gefälle dahin Hatten wir hier das Gate Wie hießen das nochmal? Das Weidetor Das Selektionstor Um die Kühe zur Weide zu lassen Oder eben auch nicht Was wir nachher gar nicht mehr benutzt haben Weil das völlig unnötig war Das ganze Geld So Da machen wir jetzt noch eine Lampe hin Also eigentlich wollten wir ja nur eine Lampe Weil das eigentlich zur Orientierung reicht Damit man dabei in der Dämmerung hier auch Seine Füße waschen kann Oder sowas Machen wir jetzt hier auch noch eine Lampe hin Ist ja LED Braucht nicht so viel Strom So See Okay Weltschuhl einer hier. kann ich den schraubendreher machen nix passi was hast du andersrum für zu prüfen was phase ist hat er sich verklickt tipptopp mega also das hier mit der schmotze das ist echt nicht schön aber wir sind ja nicht so die typen die so schnell den sand in den kopf stecken wir müssen nur noch 30 meter weihnachten kommt ja da jetzt ja Ja, ja, ja. Hm, gleich wieder alles voll Laub. Teufel. Moin, Dienstag, äh, 5. November. Moin Jens. Moin Jens. Wir wollen jetzt den Bunker wieder rausfahren und wir drehen ihn auch gleich um, damit der Schwertransport, die Elektriker machen da Lärm, die Schlitzen glaube ich, sich hier hinstellen kann und wir den Bunker da raufdrücken können. Um 11 Uhr da sein, jetzt ist 8 Uhr, also ganz entspannt. Dann haben wir da noch ein paar Teile, die dazu gehören. Ein paar sind noch oben, die müssen wir noch holen. Legen wir noch dazu. Ja, und dann kann er losgehen. Ja, und dann kann er die Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. So. so das ist jetzt nicht der brüller irgendwie aber da kann man sich schon mit weiterhelfen das ist ja auch erst mal ja erst mal es wird ja wahrscheinlich sowieso bleiben aber für mal eben schnell und aus dem material was wir da das ist nicht dass wir jetzt noch extra was holen muss das ist eben da gewesen dass man rechte von den bodenplatten von dem anhänger den wir gemacht hatten immer mit verwerten erst mal so ich hole das mal eben rein da soll es hin und dann gucken wir mal ob das funktioniert so ist das nicht toll da oben würde ich sagen hin und dann Sven ist ja noch nicht gerade klein das sollte so funktionieren das sieht ja passt gut rein hier fällt gar nicht auf ja und dann können wir eben hier die ganzen schrauben alles mal einsortieren dann hier haben wir noch den hagen da kann man hier wieder mit hin meine drohne kann ja auch mit rein dann liegt die da immer sicher super damit kann ich ja einräumen so da ist er da ist er beim nachbarn rauf gefahren so bist du auf dem holzweg ich will die karo spielen irgendwie war das klar dass es auseinander muss oder ja musst du hinten aufmachen ja oder so ja das sieht doch gut aus ja das sieht doch gut aus so wie weit will er denn weiter ja muss ja noch weiter nach hinten das ist jetzt gewicht drin ne ja ich sehe die gabel nicht geht so geht so das geht so das geht so so das ist ja den kann man hochheben und raus der steckt da hier drinne der muss der ganz ab ja der kann ganz ab wo kann man denn da an der schraube dreht mit ja jetzt haben wir hier die bände abgebaut das war eben doch zu breit da waren wir bei 4 meter und jetzt haben wir die 3,50 die er haben kann mit dem auch los werden und dann wurdest du so weg ne а ja da da die die Musik 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 Was ist links? Zum Haus? Du musst mir sagen, wo du hin willst. Zum Haus oder zur Werkstatt? Und dann vorne oder hinten? Vorne oder hinten? Ich stehe ja quer. Ja richtig, planen wir auch so. Waren wir nicht mehr gerade jetzt? Ja, jetzt ist gerade. Jetzt renken wir nach links. Also doch rum. Zum Haus. Du hast aber egal. So gut, schön. Ja, komm mal weiter so. Sollen wir hier noch nicht ganz hinweg ins Gerät spielen? Ja, das passt noch nicht ganz. Ich glaube, du musst noch mal eben... Halt, du musst noch ein kleines Stück überraschen. Jetzt kommen wir da rüber nach rechts. Dann kommen wir zurück mit dem Arsch. Das wird schleppervoll nach links rein. Also noch... Ich ziehe noch ein kleines Stück überraschen. Aber dann kannst du mit dem Arschieren oder da nichts überkommen. Ja, dann wollen wir das mal aber gerade ziehen. Ja, dann wollen wir das mal aber gerade ziehen. Ja. Also jetzt den Saran. Kommen wir so zurück jetzt. Gerade zurück. Gerade zurück. Gerade zurück. Jetzt gehen wir nach links rein. Ja, das sieht super aus. Jetzt gehen wir nach links rein. Genau. Ja, warte mal hin. Schau mal hin. Schlag mal links voll ein. Jetzt kommen wir langsam weiter. Schau mal hin. Schau mal hin. Dann kommen wir so weiter. Jetzt wollen wir gleich mal rechts rein. Schau mal hin. Schau mal hin. Genau. Schau mal hin. So, komm rein, komm rein, jetzt flieh mal rein, dass man hier schon mal das Blätseln hat. So, komm rein, 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 komm rein Wo ist das Baby? Kann rausliegen Man sieht hier gar nichts Ich sehe nur Bunker Ja So, dann kommen wir langsam Abwärts Jetzt kommt die Kante, ich muss drücken Was ist mit Lenken? Ja auch nicht Jetzt lenken wir wieder gerade Kann man so weiter? Ja, gut Lenk mal ein bisschen wenigstens rein, damit du gerade kommst mit der Maschine vorne Okay Weiterlenken, also Lenkung geht da gerade jetzt Ich wünsche, dass er so weiter kommt Weiterfahren Ja Jetzt kommt die nächste Kante gleich Machst du die Höhe von den Stützen? Ja, wir bauen gerade die Kanten auf Wir müssen jetzt aber gleich noch ein bisschen Schlag mal rechts ein Scharf oder was? Ja, erst mal scharf, dass er noch ein bisschen mit dem Arsch rumkommt Hier Ja, also mal probieren Ich glaube, er wird aber weg Probier mal aus, komm mal zurück Jetzt hat er wieder die wichtigste Stufe Jetzt musst du gleich wieder ein bisschen mehr Ja Wenn ich lenken soll, musst du rechtzeitig sagen, ne? Ja 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 Schauen wir mal ganz leicht nach vorne, ganz leicht, lass mal ganz leicht nach vorne wo ich sein, ganz leicht, aber nicht viel, doch mal. Bussel, ein paar Videos auch, was sein kann, was sein kann, was sein kann, was sein kann. Ok. Genau, das werden kannst du mal die... Das werden kannst du die... Trau dich mal ein bisschen runter, lass die vorne mal runter. Ja, weiter, weiter, weiter! Was ist mit der Lenkung? Ja, die Lenkung bleibt, das war so. Da muss jetzt so ein kleiner links rüber, deswegen... Ich kann mal weiter... Ich kann mal weiter... Ah, es ist noch ein Staub rein. Es ist noch ein Staub rein. Es ist noch ein Staub rein. Wo ist es weg? Wollen wir uns ein Stück vor fahren, oder? Nein, das ist ja auch einfach. Bei dir geht er da, ja? Ja, aber er muss ja wieder ein bisschen nach unten kommen. Ich kann mal weiter zurück... Ja, das ist noch ein bisschen nach unten. Ich kann mal weiter zurück. Ich kann mal noch natürlich nie überинеhen, oder? Ich kann nicht mehr flyken, oder? Ich denke, zumindest閉ех nach unten... Weiter, weiter. Gut, stopp. So, jetzt kommen wir so erstmal zurück und kommen wir mit der Achse vorne hinterher. Mit der Achse, genau. So ist er zufrieden, also kommen wir zurück. Na ja, wunderbar. Boah, jetzt bist du schon auf dem Weg. Na, länger drauf. Ja, das ist gut, komm mal weiter. Wie geil, oder? Ja, kommt da nicht nach. Jetzt war die Lenkung gerade. Geht mal vorne ein bisschen hoch. Weiter, weiter, weiter. Ja, viel mehr geht nicht. Nee, das reicht doch schon mal. Dann kommen wir so zurück gerade. Das sind diesmal schon drüber hin zurück. Ja, okay. Das sieht wieder aus. Die Leder sind drauf. Kommt, soll ich ein bisschen schneller machen? Ich kann maximal 25. 25. Ähm, schlag mal von links ein. Schau mal. Genau. Und weiter. So weiter fahren. Dass dein Arsch ein bisschen rumkommt hier. Das sieht super aus. Ja. Ja. Das sieht super aus. Ja. Ja. Verdammt. Ich hab' da ein bisschen plnun. Ich hab' die Flügel. Ich hab' die Flügel. Ich hab' die Flügel. Das ist schon mal raus. Einer muss gleich auf vorne gucken, dass ich ihn nirgends raufjuckel. Wir haben auch nicht mehr viel. Höhenfreiheit habe ich genug. Der ist gerade repariert, den muss ich nicht wieder kaputt machen. Es war höchstens noch jetzt ein 20 Zelle. Stopp! Hast du fast noch ein bisschen einfahren? Ja, ja. Reicht so, oder was? Das reicht so, aber... Leute, das ist schon mal ein bisschen weiter. Also, das war schon ein paar Leute. Ja, ja. Gut. Also, lass ihn mal so, bitte. Yo, Corsa 2. Es ist vollbracht. So, der Lkw bleibt beim Nachbarn jetzt noch bis ca. 3 Uhr stehen. Morgen früh um 3. Gegen 3 will er los. Und ist dann gegen 5 Uhr, zwischen 5 und halb 6 irgendwie, ist er dann am Ziel und dann können die alles wieder also erstmal abladen und alles wieder zusammenstecken. Ich hatte ihm gesagt, er sollte gerne mal ein paar Fotos schicken. Ich hoffe, er denkt an, wenn das Ding in Gang ist. Würde mich mal interessieren, wie der denn da steht. gut. Jo. Und wir warten hier auf unsere neue Maschine. Aber diese Woche nicht. diese Woche wird entwächst. So. Äh. Palette. Brauche ich die noch? Überleg grad. Ne. Okay. Da absetzen. Kann ich wieder auf den Stapel rauf nachher. Siehste, da fällt mir auf. Der Elektriker hat uns versetzt. 14 Uhr. Da kann ja wohl mal anrufen. Der hat uns vergessen. Junge. Wir brauchen noch Steckdosen für die Wäsche. Und das Licht. Muss ja auch noch angeklemmt werden, was wir angebaut haben. Da rufe ich jetzt erstmal. Ach, scheiße. Wir kriegen ja gleich auch noch Besuch. Thomas und Kevin wollen vorbeikommen. Mal schauen. Jo. Ne. Elektriker hat uns nicht vergessen. Nur verdrängt. Er ist grad in der Firma, packt die Sachen zusammen. Und dann kann er hier beigehen. Sehr schön. John. ookie Hihi. Hohohoho. Hohohoho. Die Kiste ist natürlich optimal, ne? Ja, tipptopp. Oh, die Schweißnähte. So, ich hol mal Wasser, wa? Wir spielen jetzt einfach mit der Wäsche. Einfach mal ausprobieren. Ein paar Kartoffeln rein. Mal gucken, wie das funktioniert. Wenn die Steckdose angebaut ist, das dauert noch im Moment. Aber dann... Und die Drehrichtung richtig ist. So eine scheiß Palette. Oh, my God. Muss passen. So, 1000 Liter Wasser haben wir hier. Da hat Jens schon mal vorbereitet. Wollen wir mal gucken, wie viel da rein muss. Ich höre 2000, aber das sieht mir gar nicht anders aus. Schauen wir mal. Das ist nicht so stare. Wollen wir mal kurz Safe. Wollen wir mal! Das ist es nicht so,icing immer mehr. Wir sind noch unsere Defizitaktik. Dieser. fucking faint? Aber jetzt wird uns không début. So, dir ist es dieser Lensportfel... Oder nee, Sachen wechseln. Ein Stück von Abziehen da. Was da rein? Neu. Einfach laufen lassen. So, inkontinent. Aber der Schieber ist zu. Oh, da geht doch ein bisschen rein. Aber das ist die Sache mit dem Querschnitt. Kleine Querschnitt auf große Querschnitt, nicht Bullshit. Steht einer auf dem Hof, der bringt uns einen Schlepper. Oh ja, der neue Schlepper. Thomas bringt uns einen Schlepper. Oh, so einen schönen Schlepper. Junge, das ist ja unbezahlbar. Was halber. Moin Vlog. Guten Tag. Moin. Grüß Gott. Moin. Was habt ihr denn da Schönes? Erzähl mal ihm. Ein IHC 423. Ein IHC 423. Baujahr 69. Stopp, nichts zu viel Spoilern. Mein Video kommt wahrscheinlich vor deinem. Möglich. Wie? Also den Rest seht ihr bei Thomas. Der Link ist nochmal in der Videobeschreibung. Guck mal, kommen wir mal gucken, wie die hier filmen und wie die Vlogs machen. Ja, ja. Richtig, genau. Vor allem jetzt wird Thomas auch spitz. Ja. Ich habe ja nichts gegen blaue Schlepper. Ne, aber man muss sie nicht haben. Richtig. Freut sich aber. Ja. Ja, wie er sich freut, können wir in seinem Vlog sehen. Heute Abend. Also das hier seht ihr ja heute Morgen Sonntag und das von Thomas heute Abend Sonntag. Also für euch heute, für uns Sonntag. Haben die das jetzt verstanden? Keine Ahnung. Egal. So, wir wollen hier eigentlich jetzt ein bisschen spielen. Ja. Das sieht richtig gut aus. Thomas ist auch live dabei, aber keine Ahnung. Also Notaus-Reset. So, das haben wir schon mal. Trotzdem hat er noch... Vielleicht hat er den? Nee. Doch. Guck mal. Kannst doch doch was. So, Boosterpumpe, Austragebänder, Steinband. Steinband Hand. Hm. Auto? Geht nicht. Stimmt. Ah. War das rum? Das läuft falsch rum. Und hier da mit irgendwie? Ne, das ist null. Guck mal eben bei dem Motor bitte. Der muss rechts rum drehen. Wenn ich einscheide. Ne, der ist doch gar nicht an, ne? Whirlpool. So. Ah. Whirlpool. Voll geil. Aber das Band läuft falsch rum. Hans-Jürgen! So. Manuell. Woher? Woher? Ne, der hat keinen Stein... Steinband geht gar nicht. Den anderen auch anders vielleicht? Ne, das ist der. Komm ich doch mal jetzt hier mit dem Verzins. Ah. Oh. Aber der bleibt nicht an. Das ist jetzt falsch rum. Warum bleibt das nicht an? Oder eben aufs Auto. So. Jetzt läuft er falsch rum. Siehst du, es läuft falsch rum. Es läuft alles falsch rum. Das heißt, jetzt kommen die Kartoffeln da rein und vermischen sich mit dem Dreck und kommen wieder raus. Das ist nicht original. Aber so ein Pool ist schon toll, ne? Ja. Aber die Drehrichtung, da muss man auch nochmal mit Elektriker reden, ne? Jo. 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 reinhauen bis zum nächsten mal wie heißt das noch mal für singen ja und wir spielen gleich noch mal mit der kartoffel so machen wir das genau lassen die maschine laufen damit es ein bisschen blubbert dabei so machen wir das wasser da könnte man sich auch reinsetzen aber ohne förderband nur blubbern schönes auto kann auch hier bleiben könnte hätte auch den navarra für mitgekriegt ja richtig zum schlepper passt das was hast du das kann so stehen bleiben das wollen wir gleich weg nur eben bevor hier oben das große licht ausgeht die kartoffeln reinschaufeln ja weidemann kleine schaufel und attacke und dann können wir gleich noch mal den bewegungsmelder ausprobieren elektrikers fertig hat er gesagt der hat einen kaffee bekommen ohne dass wir es geprüft haben aber wirklich fertig ist ja guck mal thomas hat den weg gefunden ich dachte er dreht um gut dann schmeißen wir die kartoffeln rein und dann knifst du gleich die kamera wieder an das sind es ist ja 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 So, blubber, blubberter, es blubbert. Ah, dann mach du das. Ah, so viele Kartoffeln. Das ist hier los. Wir legen Wasser an. Wo kommt der Kartoffel? Oh ja. Oh ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier war der Weizen. Ja, mal schauen. So, zwei von fünf haben wir gefunden. Also Vaternden ist sich sicher, dass hier zwei, das einer, nein. Vaternden ist es sicher, dass wir hier fünf Stränge hatten. Aber wir haben nur zwei gefunden. Und die laufen auch. So, das bedeutet, wir haben dann noch ein Loch gebuddelt. Aber es hilft alles nichts. Nichts zu finden. Also, das habe ich jetzt mal so grob abgepeilt. Sechs neue Stränge. Das wäre das Richtige für uns hier. Muss man jetzt mal gucken, dass wir den ans Telefon kriegen. Und dass er das hier noch mit auf dem Schirm hat. Damit wir hier im Frühjahr und im Herbst nächstes Jahr kein Problem haben. Weil 18 Hektar kertocheln. Das ist ja schon toll, ja. Das muss irgendwie, muss das in Ordnung. Weil ansonsten ist der Schlag ja top. Der ist auch trocken. Auf der anderen Seite ist auch noch ein bisschen was, wo eine Senke ist. Aber sonst löppt das hier. So, auf nach Hause. Hier auch noch oder so? Ach, hier ist gar kein Graben mehr, ne? Ne. Okay. Da habe ich den ersten Gang erwischt, ja. Du hast noch Heirat an, ja. Ja, feine Sache, so Heirat. So, jetzt mal, das merkst du richtig, wenn er an ist. Ja, der knackert vorne dann, ne? So, jetzt aus. Blinkt noch. Ja, er muss jetzt mal gerade ziehen. So, schallt aus. Jetzt ist aus. Abflug. Ja, aber da müssen wir uns vielleicht nicht was einfallen lassen, wie wir das Ganze lappieren. Ja, farbige Flöcke. Farbige Flöcke. Neon. Irgendwas. Vergessen, euch mitzunehmen. Wir sind noch eben bei der Miete hier im Moor vorbeigefahren. Die sieht gut aus. Dann werden wir wohl hier Stroh rauf wechseln lassen. Und ein zweites Vlies wegen Frost. Und die andere Miete dann als erstes angreifen. Was haben wir jetzt gesagt? Hier sind vier Fliese insgesamt, ne? Bei der anderen sind drei. Ja. Von der Länge. Also vier Fliese kann man fast sagen um die 100 Meter. 25 Meter pro Fliese. Ja, wobei das eine hier ja nicht ganz. Die Miete war ja nicht ganz voll, ne? 80 Meter werden die wohl haben. Juhu. Hengschleuder macht jetzt mal wieder Spaß. Geht der spazieren oder schmeißt der Müll weg? Ne, der geht spazieren. Hier schmeißen die Leute ständig Müll hin. Ja, ganz schlecht. Die hat keinen Müll, die hat nur 200. Ja. Das ist okay. So, dann. Freit. Auf nach Hause. Rekw aufladen. Ja. Rekw aufladen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Läuft. Fließender Übergang. Lull. Da hinten sind die... Ach, das ist Plastik hier alles. Da ist Metall. Da hinten werden die Kartoffeln jetzt auch leer. Ja, heute Nachmittag. Oh, Gott. So, wie wir das machen, könnt ihr im letzten Video sehen. Jetzt schnell vorne mit der neuen Fertig werden hier. Jens kommt mit dem Tüdelband. Einmal zusammenknoten. Dann kann die Rolle auch weg. Die ist ja noch. Die ist ziemlich trocken. War nicht so schwer. Hier mal Kisten rausgefahren. Nachher kommt noch ein Lkw. Holt Kartoffeln. Die gehen zum Schädeln. Fast schade drum. Aber gut. Mal sehen, dass wir Kartoffeln loswerden. Ja. Und dann nehmen wir so weiter. So, tüdeln wir das Tüdelband. Ihr könnt mittüdeln. Ich schaute. Mit 30 % Holt mehr. Ich schaute es. Holt mehr. Ja, ja. Die sind alle, die sind alle. Alle sind alle, die sind alle. All die sind alle, die sind die sind. Wir haben gefahren, denke ich nicht mehr scheiße, hier ist es besser. In den Schlafen erstmal rein. Wie rein? Und das kann man ja schon sehen, für die Lieben, was rein ist. Ja, hinten in den Schuppen rein, das ist ja noch trocken. Bis zum nächsten Mal. what Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mittag! Mittag ist durch und ich will mal gucken, ich hoffe ich vergesse das dann nicht, ich blende dann mal ein, durch welchen Ort ich fahre. Wenn ich reinfahre, dann mache ich mal die Kamera an und sage dann eben Bescheid, wo ich gerade reinfahre, in welchen Ort. Dann kann man auch mal für mich selber auch mal gucken, wie Vorortschaften das eigentlich sind, da guckt man auch immer nicht so drauf, man fährt immer bloß durch, aber achtet da nie drauf. So, eben ein bisschen Abfahrtskontrolle machen hier, ob alles drum und dran ist und funktioniert. Und dann kann das losgehen. So, eben ein bisschen Abfahrtskontrolle machen hier, wo ich bin, 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 wo ich bin. So, eben ein bisschen Abfahrtskontrolle machen hier, wo ich bin, 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 wo ich bin. So, eben ein bisschen Abfahrtskontrolle machen hier, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin. So, aus Funsdorf sind wir raus jetzt. Den ersten Ort, den Weg zu den Queren des Brattelsdorfs. So, jetzt kommen wir einmal durch Brockel. So, jetzt kommen wir nach Hemsling rein. Und Hemsling geht dann gleich noch zu Dödingen über. Hier ist 50, ich fahre 50, in der Schweiz sieht man das nicht so. Naja. Scheinbar. So, das ist jetzt Jerusalem, Gemeinde Tebel. Bei der Tebel selbst kommen wir gleich rein. Hier ist aber jetzt ein Tebel. Ein Straßenschild gab es dafür nicht, das war ja schon am Anfang bei Jerusalem. So, das war ja schon. Loft auf Jetzt kommen wir nach Dehmsen. Da steht dann auch die Tankstelle, wo wir immer tanken. Bei der Heidesand hier nichts. Jetzt kommen wir nach Dehmsen. Jetzt kommen wir nach Dehmsen. Das ist jetzt hier ein Gilmerding. Da brauchen wir nicht lange, um hier durchzufahren. Das ist ein bescheulicher Ort. Zumindest an dieser Stelle. Wie groß der wirklich ist, weiß ich nicht. Hier sind wir jetzt in Wolterding. Das ist dann hier in Oeningen. Habe ich noch nie drauf geguckt. Tut mir leid, auf das Schild. Okay, weiß ich auch Bescheid. Hier sind wir jetzt in Haber. Dann müssen wir jetzt einmal links und einmal wieder rechts. Aber erstmal müssen wir warten. Mein Holz. Nicht Deins, Mein Holz. Der letzte Ort ist dann Wietzendorf. Und dann sind wir jetzt auch am Bergwietzendorf. 51 Kilometer. Eine Stunde sind wir gefahren. Oh, da gehen die guten Kartoffeln zum Ferien. Oh, da gehen die Höhe. Und wir sehen uns da. Oh, da gehen die Höhe weiter. Das ist, dass wir jetzt gut in Ordnung haben. Das ist gut. Wir verraten niemandem, was hier passiert ist, das ist nie passiert. Ihr habt nichts gesehen, wobei ich auch nicht weiß, was passiert ist, davon abgesehen. Das ist ein Ärger. Guten Morgen, Donnerstag, 7. November, aus Gründen müssen wir heute Morgen die Morgentur laden. Oh, was ist es, Jesus. Das ist jetzt auch böse gejuckelt hier, aber es geht nicht an das. Oh, da kommt es weg, Schiss. 6 Grad, wir sind dann langsam noch ein bisschen frischer morgens. Oh, da kommt es weg. 7 Grad. 6 Grad. 5 Grad. 5 Grad. 5 Grad. Ach, da fällt mir noch was ein. Fällt mir noch ein. Löff doch noch ein, leiser. Dass ja doch gehäuft jetzt Fragen kommen wegen der Eurotier, wann wir denn wohl da sind. Wir fahren nicht hin, also es ist für uns einfach, es lohnt sich nicht, dass wir da hinfahren. Wir haben nun mal kein Vieh und auch kein Biogas und das ist ja nun mal, ja, weiß ich nicht, es lohnt sich nicht. Also wir werden definitiv nächstes Jahr wieder bei der Agritechniker sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber Eurotier haben wir gesagt, das sparen wir uns dieses Jahr. Das soll nicht heißen, dass wir da nie wieder hinfahren, aber dieses Jahr fehlt es uns da ein bisschen an Motivation und auch Sinnhaftigkeit. Also betrieblich haben wir da gar nichts zu suchen. Ja, und wie gesagt, dann sind wir nach Stand heute der Meinung, lohnt sich nicht. Lassen wir es sein. Wer gehofft hat, uns da zu treffen, deswegen bitte ich um Entschuldigung. Es werden sich aber noch Möglichkeiten finden, auch deutlich vor dem nächsten Agritechniker uns zu treffen, aber nicht in Hannover nächste Woche. Also das sollte somit geklärt sein auch nicht. So, wir löffeln jetzt munter hier den Auflieger voll, damit Jensen auch irgendwann mal loskommt, weil wir heute noch zweimal laden müssen. Einmal idealerweise vor dem Mittag für die Nachmittagstour und dann heute späten Nachmittag für morgen für die Vormittagstour und dann morgen nochmal die Nachmittagstour. Und dann dürfen wir Samstag nochmal wieder kommen, weil wir ja Montag, Dienstag nicht, hatten wir ja keine Termine. Warte mal, heute ist Donnerstag, heute müssen eigentlich die neuen Termine für nächste Woche kommen. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da legen. Samstag wollte Pfannern gerne fahren. Zumindest ist das Stand gestern, wo er gesagt hat, jo, machen wir so, dann laden wir morgen auch einmal den Akkulinerzug auf und er kann dann nochmal da mit entfahren. Er wird im Dietzendorf auch schon vermisst, habe ich jetzt schon zweimal gehört. Mensch, kommt Pfannern denn gar nicht mehr? Er war ja zu Anfang, im August ist er ja auch beim Träger hingewiesen ein paar Mal. Er wusste das ja nicht, ne? Jo, also, ich löffel noch weiter, wir sehen uns gleich wieder. Ich löffel noch mal, ich löffel noch mal. Ich löffel noch mal, ich löffel noch mal, ich löffel noch mal. Ich löffel noch mal, ich löffel noch mal, ich löffel noch mal, ist das Wörter der Angabe? Boisio auf 21? Berlin- Nancy Pen React uder Das war's für heute. Das war's. Scheiße. Scheiße. Das war's. Das sollte reichen. Wo ich schon mal hier hinten bin, kann ich halt die Kamera sauber machen, sonst kommt man da ja auch immer nicht ran. Bis später. Bis später. Bis später. Oh, voilà. Bis später. 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 Wir haben es Viertel vor zwei jetzt, jetzt in zehn Minuten Viertelstunde müsste Herr Wietzendorf ankommen für die zweite Tour, denn zwischen, jetzt kommt man drauf an, was da los ist zwischen halb vier und halb fünf, dann muss er wieder hier sein. So und dann muss er wieder vorladen für morgen früh und das passiert von der Feldmiete. Ich habe hier vorhin, habt ihr ja gesehen, den Rest zusammengekratzt, aber dafür brauchen wir hier nicht ganz herjuckeln. Das nehmen wir dann morgen Nachmittagstour mit oder das sehen wir dann. Aber wir fangen jetzt bei der Feldmiete an und die Leute, die sich jetzt zu diesem Zeitpunkt eventuell fragen, ja was ist denn jetzt mit der Wäsche, mit der klugen Steintrennung mit Wasser. Was ist denn jetzt damit? Kommt alles. Wird in diesem Video sicherlich nicht mehr passieren. Kommt aber. So, bin ich selber gespannt drauf, will ich auch sehen, aber wir müssen gucken, wie wir da, wie wir jetzt vorankommen. Mal sehen, wir fahren jetzt morgen ja einen Zug direkt aus der Miete, da wollen wir mal gucken, wie viel Schmutz da ist und dann sehen wir weiter. So, ich will hier nochmal eben Schaufel und Forkel einpacken. Moment, Forkel. Schaufel und Forkel. Oh Gott. So, haben wir. Und dann fahren wir zusammen mal eben schon mal zur Miete und machen da schon mal ein bisschen frei, also den Sand schon mal runter. Mal gucken, wie die aussehen. Und wenn die jetzt denn da ist, dass wir dann auch direkt mit dem Laden anfangen können, dass das dann nicht zu spät wird heute. Das ist mein Plan jetzt. Bin gespannt, wie die Kartoffeln nachher in der Schmutzprobe sind, wegen dem Sand. Das ist immer so verlaufen. Normalerweise dürfte da jetzt nicht wirklich mehr drin sein als hier, aber steckst nicht drin. Kartoffeln, Forkel brauchen wir sowieso, wenn wir am Rand müssen, wegkratzen und sowas. Also, bis gleich. Da fällt mir gerade eine Frage ein. Bevor ich das wieder vergesse, beantworte ich das jetzt. Aufschaufeln. Haben wir jetzt dran. Und da kommt immer wieder die Frage. Kommt immer wieder die Frage, warum wir die nicht auf dem Hof benutzen. Weil da würde ja auch noch Sand rausfallen. Das ist korrekt, dann würde Sand rausfallen. Das stimmt. Absolut. Das Ding ist aber, dass unsere Korbschaufel, so wie wir sie haben, sehr gut geeignet ist für den Acker. Aber nicht wirklich gut geeignet ist für Beton. Also für unser Pflaster. Es würde zwar funktionieren, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man die sich komplett verbiegt vorne. Wir haben vorne keine Schiene drin, sondern wir haben diese gebotenen, ja, ich nenne es mal Stäbe. Ähnlich wie bei einer Kartoffelforke. Und wenn du die einmal scheiße aufsetzt auf Beton, dann verbiegt sich der ganze Bombs. Dafür ist uns diese Schaufel einfach zu schade. Dafür ist sie nicht. Wir haben die gekauft letztes Jahr, um eben die Feldbüten anständig aufladen zu können. Und auf dem Hof haben wir die große Schaufel. Hier geht ein bisschen mehr rein, hatte auch jemand korrekt bemerkt. Trotzdem. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht wäre das auch nicht sinnig. Überleg doch, ob du die umbaust, dass du eine Schiene drin hast. Ja, kannst du machen. Dann hast du aber, wenn du die Feldmiete lädst, wieder richtig viel mehr Dreck drin. Weil du, also Boden drin. Weil du schiebst über den Boden flach drüber weg, aber du kommst trotzdem auch immer wieder ein bisschen mit in den Boden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und wenn du eine Schiene dran hast, dann buddelst du immer mehr Boden mit, als es unbedingt sein muss, als mit diesem Ding. Hier kriegst du auch Boden mit, wenn du dich zu glück anstellst. Das habe ich auch schon oft genug geschafft. Also sowohl Boden mitnehmen, als mich auch zu glück anstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hierbei geringer. So, das ist der Grund. Wir wollen die Schaufel so nutzen, wie sie gedacht ist. Auf dem Acker. Ich hoffe, das ist somit geklärt und die Frage ausreichend beantwortet. Ich kann euch das gerne gleich auch nochmal von draußen zeigen. Das machen wir. Also bis gleich. So, hier haben wir die Raluca und Marien Gedenk Feldmiete. Hier haben die so viel Boden raufgespissen auf die Kante. Zwischendurch hatte Raluca mir da noch ein Foto geschickt. So, okay. Ja, aber die Hälfte maximal. Ja, gut gemeint. Fast so schlimm wie ich letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir es ja mit dem Schlepper gemacht. Daraus haben wir gelernt. So, ganz kurz noch eben zu der Schaufel. Das sind hier diese gebogenen Rundeisen. So, und wenn du damit auf dem Beton einmal eine Kante stößt, dann biegst du den gleich hoch und das ist scheiße. Und wie man sieht, ist hier alles noch in Ordnung. Und das ist nur in Ordnung, weil wir die noch nicht auf dem Beton zu Hause auf dem Hof benutzt haben. Gut, so. Ich fürchte, ich muss jetzt hier anfangen. Von alleine wird das hier nicht fertig, ne? Nützt hier alles nichts. Aber die Entscheidung, hier vorher schon mal herzukommen, war schon ganz richtig. Das hätte uns zum einen nachher aufgehalten und zum anderen im Halbdunkeln macht das auch gar nicht Spaß. Macht so schon keinen Spaß. Richtig. So, jetzt ist die Überlegung, wie viel brauchen wir denn? Ich schätze mal bis hier. Ja, warte. Machen wir auch was. Dafür habe ich das Mikrofon hier, damit ihr mich auch stöhnen hört bei der Arbeit. Und wenn ich nicht so bölken muss beim Stöhnen. So. Also, was ich eben gesagt habe, ich glaube bis hier ungefähr... Hier so müsste theoretisch reichen. Oh, die haben das echt gut gemeint hier. Danke. Also, Marien, Raluca, wenn ihr das hier seht, danke. Aber, natürlich ist das so besser als wenn es wegfliegt, ne? Das Schöne ist, es schaufelt sich halt auch total beschissen auf dem Vlies. Letztes Jahr habe ich gedacht, Alter, nächstes Jahr holst du dir ein paar Paletten Sandsäcke dazu und machst das alles mit Sandsäcken. Und dann war es soweit und habe gedacht, ach komm, das Geld sparen wir uns. Und das geht auch eben so. Und jetzt denke ich, nächstes Jahr hole ich mir ein paar Paletten Sandsäcke dazu. Oh Mann, ey. Das Kratzen geht bald besser als Schaufeln. Ich schaufle erstmal das Grobe runter und dann kratze ich den Rest. Ich glaube, das geht schneller. Geil wird es erst, wenn es gefroren ist. Wenn du die dicken Schollen gar nicht mehr wegkriegst. Aber bei den anderen Mieten haben wir deutlich weniger raufgeschmissen. Wie gesagt, das hier ist das Schlimmste, was das angeht. Wenn es glatt wäre, wäre es halt so schlimm. Jens wird es auch freuen. Wenn Jens mich anruft und sagt, jo, ich bin dann und dann da. Sag ich, jo, ich habe dir da schon mal eine Platzschaufel hingestellt. Ich komme eine halbe Stunde später. Kannst du erstmal die Miete ausbuddeln. Freut er sich bestimmt drüber. Alter, hier ist noch mehr hier vorne. Junge. Gibt es das? Boah. Die Seite haben wir zumindest schon fertig. Der Rest schüttelt sich gleich runter, hoffe ich. Fast wie früher die Silos aufmachen. Das geht echt beschissen. So. Ja, der Rest muss ich runterschütteln. Hey, kriegst du nicht geschaufelt hier. Alter. Ja, wir probieren das mal. Jetzt seid ihr auch gespannt, wie die Kartoffeln aussehen. Ich habe noch nichts gesehen. Wollen wir gucken. Oh, das sieht gut aus. Ha. Gut, hier am Rand, wo der Sand war, ist natürlich Gammel, das ist klar. Ja. Weil da dann natürlich keine Luft drauf durchkommt. Aber ansonsten sehe ich nicht gut aus. Ja, also habt ihr mich überhaupt gesehen. Und wir gucken dann nochmal eben zusammen unter. Und dann mache ich den Rest unruhig fertig. Hier ist Gammel. Und ab da ist gut. Das ist das, was ich eben sagte. Weil hier, Moment, da lag der Sand drauf. Da kommt die Luft nicht durch. Dass wir mit Sand senken, nicht so extrem. So, ich schaufel weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, so, das sieht doch ganz ordentlich aus hier. Da wollen wir uns nicht beklagen. Jo, sieht gut aus. Ganz oben an der Spitze bisschen feucht. Aber so wie das aussieht, kein Gammel. Das ist alles in Ordnung. Sehr schön. Und da ist auch nirgends, würde das in der Mitte irgendwo gammeln, dann fällt das ein. Und das ist hier nicht der Fall. Was auch gut ist. Und das ist bei den anderen Mieten bisher zumindest auch noch nicht so. So, ich lasse jetzt das Werkzeug hier. Stelle ich da eben an der Seite. Die Schaufel lassen wir auch hier. Die setze ich hier ab. Die brauchen wir nicht mit hin und her juggeln. Und dann gucken wir, dass das losgeht, wenn Jens wieder da ist. Sehr gut. Spannende Musik Und dann wieder wieder mal. Gibt es noch bisschen sehen. Das ist ja schon mal, dass die Schaufel sind. Dann die Schaufel sind gehört mit der Schaufel verletzend. So, gerade eben kam von Jan Luca die Frage, wann denn unser 724 endlich die Reifenregeldruckanlage bekommt. Jan Luca, du bist nicht der Einzige, der fragt, der Händler fragt auch, jetzt nicht, also ich weiß es noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal abschätzen können, ihr habt ja nur, ich beantworte das jetzt nicht als Kommentar bei YouTube, weil würde ich das jetzt tun, würde ich ja schon wieder was verraten, was ihr in diesem Video erst erfahrt und zwar, dass wir halt jetzt nochmal gut investiert haben und wir ansonsten erstmal, wenn das alles soweit geklärt und abgearbeitet ist, die Füße stillhalten, was Investitionen angeht, ganz einfach, weil wir auch noch nicht wissen, wie das mit den Speisekartoffeln weitergeht. Die Preise sind nicht geil und das sieht im Moment auch nicht so aus, als würden die noch geil werden. Also ich denke schon, dass es noch ein bisschen nach oben geht zum Winter, aber weit weg von richtig gut. So und aus dem Grunde warten wir. Wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen ab, was weitere Investitionen angeht. Und darunter fällt auch die Reifenregeldruckanlage, weil wir können auch durchaus ohne die fahren. Es wäre schön, keine Frage. Ist mit Sicherheit auch auf Dauer die richtige Sache für uns, aber wir warten. Jo, das dazu. So, jetzt machen wir gleich eben einen Kaffee und dann sollte demnächst Jens auch aufschlagen, dass wir aufladen können. Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir fahren nicht nicht zum Hof, sondern jetzt direkt zum Feld. Gehen wir davon aus, dass Sven schon da ist und wartet. Dann fangen wir jetzt bei den Feldmieten an. Dann fangen wir jetzt 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 an. Ich kann ihn schon sehen Ich muss noch einen Rückwärts rein WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Eventuell habe ich mich versch... naja, wir sind jetzt beim letzten Feld vom Auflieger. Könnte gerade so reichen mit dem was ich abgedeckt habe. Mal schauen. Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo Guten Tag, guten Tag, E4, dann gibt's Futter. E4, dann gibt's Futter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wo ist Jens denn? Wir haben die aufgeladen von hier und dann für morgen auch noch von hier und dann wie gesagt gucken wir mal wann unser Bunker da ist. Jens hat den LKW da unter das Dach gestellt. Hier sehen die Kartoffeln übrigens gut aus. Sollte man auch auf der Kamera erkennen. Da ist nichts Schlechtes bei. Wir müssen Beton machen. Ich weiß nicht ob Jens da schon was von gezeigt hat oder nicht. Jens ist gerade los. Altglas holen. Hört sich komisch an. Ist aber so. Brauchen wir. Und zwar hatten wir da leichten Rattenbiss. Und da haben wir uns überlegt. Das kann ja eigentlich nicht angehen. Wo sollen die herkommen? Und die haben sich tatsächlich unten durchgekaut. Ach komm wir gucken da mal eben hin. Ich weiß wie gesagt nicht ob Jens schon was davon gezeichnet hat oder nicht. Also ganz schnell. Habe ich gestern hier ein Stück. Da liegt das Zeug. Kirschlober weggesägt. Jens hat hier mit der Schaufel frisch vom fröhlich frei geschaufelt. Und hier einmal dran lang. Und irgendwo da sind sie durch. Wir wissen nicht wo genau. Aber wir machen jetzt hier einmal Beton rein. Und deshalb. Vater sagt. Schmeißt mal ein paar Glasscherben unten erst rein. Und dann Beton. Soll gegen Ratten helfen. Keine Ahnung ob das so ist. Schaden kann es nicht. Also machen wir das. Und Ina hat aber gerade Altglas weggebracht. Ich habe ganze drei Flaschen gefunden. Also Einweg-Glasflaschen. Also holt Jens von zu Hause noch ein bisschen. Der hat noch was. Und dann machen wir hier so ungefähr 10 Zentimeter Beton. Und dann kommt der Füllsand da wieder rein. Und bevor da Fragen aufkommen. Ja wir haben einen Servicevertrag mit. Ja sag schnell. Mit einem ungeziefer Bekämpfer. Schadnager Bekämpfung. Machen wir. Alles dokumentiert auch. Und auch das ist dokumentiert. Dass da was ist. Und da sagte er dann auch. Ja ihr müsst mal gucken. Ihr müsst da was machen. Und das machen wir jetzt. Hier haben wir eine Palette Trockenbeton. Also das ist Fertigmischung. Wir haben gesagt. Komm scheiß drauf. Wasser. Fertigbeton. Mischer. Attacke. Das ist der Plan. So deshalb das Kabel. Das machen wir dann gleich in die kleine Schaufel. Und fahren das mit dem Weidemann hin. Verteilen das mit der Plattschaufel. Fertig. Jo. Also. Einmal Strom ran. Und gucken ob das ganze Ding hier überhaupt noch läuft. Lange nicht benutzt. Aber was soll damit sein. Das Ding ist noch nicht so alt. Weiß noch nicht ob mein Kabel hier jetzt lang genug ist. Aber das werden wir gleich wissen. Da rein. Stecken wir raus. Die Stecker rein. Läuft. Gut. So. Achso. Und dann habe ich da noch was. Das habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen. Aber warum ich das in der Tasche habe. Das weiß ich selber nicht. Ich fühle mich. Bis zum nächsten Mal. lasst die plans hideger. Bis zum nächsten Mal. 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 So auf dem Freitag kann man auch ruhig mal eine scharfe Mischung machen, oder? Ja. Ich zeig's euch im nächsten Video. Wir machen jetzt Feierabend gleich. So, Jens ist auch wieder da. Oh, mein Akku, das passt ja. Der will auch schon wieder. Ne, doch nicht. Ah, jetzt. Jetzt zeig das jetzt richtig an. Also vom Akku her wäre noch Zeit. Was wollen wir noch machen? Zusammenbrechen. Ja, genau. Das habe ich eben auch schon gesagt. Ich gebe zu, dass ich das nicht mehr gewohnt bin. Ja. So, wir laufen jetzt auf unsere Doppel-Null. Und dann ist das Video zu Ende. Und dann ist das Video zu Ende. Im nächsten Video steht da eine Eins. Genau. Und die Null und die Fünf, die bleiben jetzt eine ganze Weile. Die bleiben eine Weile, ja. Ja, die Null, ja doch. Ja, gut. Die Null auf jeden Fall erstmal. Ja. Also ich muss schon sagen, schön war's mit euch. Ja. Ja. Diese 500 Videos vergingen wie im Flug. Für Jens sind es ja noch nicht so viele, aber trotzdem vergingen die Jahre wie im Flug. Würde ich. Von 2018, weiß ich gar nicht so genau, November oder, nee, August oder sowas. Weiß ich nicht genau. 2018 so richtig angefangen. Du wolltest doch bloß 77 machen. Eigentlich wollte ich nur 77 Videos machen. Es sind jetzt ein paar mehr geworden. Ja, etwa. 500 quasi. Ja. Aber wir hören noch nicht auf. Wir machen weiter. Da guck, da 500. Ja, ja. Da müssen wir nochmal irgendwie eine größere Zahl draus machen. Ja, wenn da erstmal die 1 vorsteht, ne? Wenn da erstmal die 1 vorsteht. 1500. Ich glaube immer so ein Bart, ne? Ich glaube auch. So alt werde ich nicht. Aber wir arbeiten dran. Also wir geben unser Bestes. Und wenn ihr weiterhin Bock habt uns zuzugucken, dann machen wir weiterhin noch Videos. Ja. Das ist einfach so. Denn das ist unser Spaß. Macht genau. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr jetzt sehr gerne kommentieren und Fragen stellen auch noch. Ja. Ein Däumchen. Würde uns sehr freuen. Ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier 500. Und das soll noch weitergehen. Also zeigt euch ein bisschen. Zeigt uns ein bisschen Liebe und gebt uns auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video in der 501. sehen wir uns alle frisch vom Fröhlichfall wieder, ne? Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal reinhauen. Bis dann. Würsing! Guck mal, fürs Würsing hören sogar die Dachdecker aufzunageln. Ja. Die dürfen nageln den ganzen Tag. Die nageln den ganzen Tag. Ach, hast du eine schöne 500, ey. Fast wie 300. Nur 200 mehr. Ja. Kennst du den Film eigentlich noch? Erinnerst du dich? 300. 300? Ja. Wir drehen hier 500, Alter. Da können wir locker über. 300. Lachnummer. Lachnummer. Echt. Lachnummer. So. Jetzt machen wir ein Bierchen, wa? Ja. Mal erst mal einen Tast Kaffee. Lach mal einen Tast Kaffee aufwärmen und dann ein Bierchen zum Kühlen. Ja, so machen wir das. Cooler Plan. Wollen wir noch eben spoilern? Wollen wir noch mal eben zeigen, was die da nageln? Ach, das können wir mal machen. Ja, ich sag jetzt nichts mehr. Ich darf jetzt nur noch gucken. Stellt euch jetzt eine romantische Musik vor. So ein Scheiß. Lalalala. Für alle, die sich immer gefragt haben, wofür der Betonklotz vor unserem Haus ist, das seht ihr jetzt. Ja, ich sag jetzt mal fünfmalen. Wir schauen jetzt weiter. Vielleicht einem Brotschiff. Länger noch mal. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Watte, ich sage, dass sie nachher은, was sie waren oder waren. Wie viele, warum, wie viele, wozu sie lebens Explosiert? Ich habe es nur noch nie gesehen. Ich glaube, ich sage mit Bekleid. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich habe es nicht so viel zu viel. Ich habe es nicht so viel zu viel. Ich habe es nicht, was ich aber nicht so viel zu viel dafür. Ich habe es noch nie. Drei ein Gefühl, ich habe es selber ein paar Keale Coronavirus, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.